Lea erfährt, dass bei der Mammographie eine Auffälligkeit in ihrer linken Brust festgestellt wurde. Nun muss per Biopsie geklärt werden, ob es sich um einen bösartigen Tumor oder um eine Verkapselung handelt. Lea macht sich große Sorgen. Lea hat gehört, dass bei der Mammographie eine Auffälligkeit in ihrer linken Brust entdeckt wurde. Jetzt müssen sie eine Biopsie machen, um Näheres herauszufinden. Lea erfährt, dass bei ihrer Mammographie tatsächlich etwas in der linken Brust gefunden wurde. Der Schock ist groß. Zunächst geht es aber erst einmal darum, mit Hilfe einer Biopsie herauszufinden, ob es sich um einen bösartigen Tumor oder um eine harmlosere Verkapselung handelt. Lea kann mit der Ungewissheit nur schwer umgehen. Sie dreht so langsam durch und muss sich extrem zusammenreißen, als sie sich mit Ben trifft. Die beiden haben immer noch ihren gemeinsamen Traum vom eigenen Club im Kopf und wollen ein entsprechendes Objekt besichtigen. Lea erfährt, dass bei der Mammographie eine Auffälligkeit in ihrer linken Brust festgestellt wurde. Nun muss per Biopsie geklärt werden, ob es sich um einen bösartigen Tumor oder um eine Verkapselung handelt. Lea macht sich große Sorgen. Lea winsATE 1965 Lea winsATE C Second de Wackie Lea winsATE Lea Heim Lea winsATE